Die Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda und der Seniorenbeirat der Stadt Hoyerswerda haben am Dienstagvormittag erneut zu einem öffentlichen Rollatortraining an den Lauseser Platz eingeladen. Dabei erhielten die Teilnehmer Tipps und Ratschläge zur sicheren Benutzung sowie der richtigen Bedienung des Rollators im Bus. Ein Schwerpunkt der Erläuterungen war zum Beispiel, wie mit relativ geringem Aufwand Wege bewältigt werden können. Außerdem wurden praktische Hinweise für den Umgang mit der Gehhilfe im Bereich der Haltestelle beim Ein- und Aussteigen aus dem Bus und für das richtige Verhalten während der Fahrt gegeben.